Hallöchen, liebe Teilnehmer und liebe Teilnehmerinnen des Body Love Summits. Ich habe gerade so ein nettes Interview gehabt. Vielen Dank, liebe Elli. Vielen Dank, liebe Sophie. Mein Name ist Stefanie Nosko-Klitsch. Ich bin Ergotherapeutin und ich habe vier Praxisstandorte im südöstlichen Raum in Niederbayern. Unser Thema heute war die Behandlung mit autistischen Kindern und was für wunderbare Möglichkeiten es da gibt. Wenn du neugierig bist, wenn du mehr Informationen möchtest, schalte gern ein und sei dabei.